Wir freuen uns riesig auf das Spiel, vor allem das Stadion, vor einer tollen Kulisse, für viele das Spiel des Lebens, haben richtig Bock, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen und werden alles raushauen und dann sehen wir mal, wie es gelingt. Wir freuen uns sehr auf das Spiel morgen in so einer Arena zu spielen gegen so einen Gegner. Ich glaube, dass es für alle das Spiel des Jahres ist und wir freuen uns sehr auf die Fans und wollen einfach ein gutes Spiel abliefern, freuen uns jetzt hier im Hotel zu sein und bereiten uns jetzt gut vor, essen jetzt noch was, hatten eben Training und freuen uns dann einfach morgen auf die Übertragung im Fernsehen und es wird, glaube ich, alles in einem riesiges Spiel für uns alle und wir freuen uns sehr darauf. Ja, wir freuen uns morgen auf das Spiel. Es ist, glaube ich, nicht alle Tage, dass man so ein Stadion spielt. Die Jungs sind heiß, ich bin heiß, vom Comeback und wir hoffen, dass zahlreiche Fans kommen und auch der eine oder andere aus Hamburg dazu reist und uns unterstützt. Ja, wir freuen uns morgen sehr auf das Spiel. Es ist ja das bis jetzt größte Spiel in der Geschichte des Vereins. Wir gehen da mit voller Vorfreude rein, wollen das Beste probieren und sind sehr glücklich hier zu sein. Nichtsdestotrotz probieren wir den Gegner weh zu tun und uns bestmöglich zu verkaufen. Ja, also die Stimmung ist natürlich super, aber langsam merkt man schon, dass die Anspannung losgeht. Gerade jetzt, wo wir das erste Mal hier auf dem Trainingsplatz waren, auf das Stadion gesehen haben. Ja, da fängt sich an langsam Bauch zu kribbeln. Also ich bin auch mal gespannt, wie ich heute schlafen werde. Könnte eine kurze Nacht werden, aber die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Und ja, wir wurden auch super aufgenommen. hier. Egal, ob es jetzt im Hotel war oder hier in der Stadt, die die uns gesehen haben. Wirklich toll gewesen und ja, wir freuen uns. Also ich freue mich unfassbar auf das Spiel morgen. Es ist natürlich ein Kindheitsraum, der da in Erinnerung geht und ich denke, dass jeder unserer Spieler darauf heiß ist, dieses Spiel zu spielen. Ich denke, dass auch für viele Spieler eine Chance ist, sich mit dem zu messen, wo die Jungs oder wo man selber auch mal hin möchte. Ich freue mich unfassbar, dass auch ein paar Hamburger oder paar viele Hamburger tatsächlich den Weg hierher nach Leipzig gefunden haben. Ich denke, es wird eine tolle Atmosphäre sein. Wir sind auch hier total herzlich aufgenommen worden von den Leipzigern. Und von daher bin ich echt heiß und bin gespannt, wie ich heute Abend schlafe. Und dann freue ich mich extrem auf morgen.